MAH! Wenn ich nicht verletzt gewesen hätte ich ihn gekriegt. Hat auch nicht mehr viel, ne. Aber unser Swamp Beacon steht noch, oder? What? Was war das jetzt? Das Spiel hat Granate. Da sind zwei. Ich bin tot. Das ist ein Problem. Ich weiß Granaten. Ich hab immer das Pech, wenn ich von Granaten gekillt werde. Roll von hinten. Uncool. Really uncool. Max? Das ist ne Burstermax. Na gut, dann ist das nicht so tragisch. Doch, das ist, weil ihr eure erste Priority verloren habt. Was haben wir verloren? Eure Luftunterstützung. Sag's doch. Sag's auf deutsch! Die Leute, die auf dem Dach standen, haben die ganze Zeit weggeholt. Die sind jetzt halt dann da. Weil ich die nicht mehr wegholen kann, solange der Burstermax ist. Oh, Max Einheit! Ja, geh mal auf zur Seite. Guck mal, wo sie ist. Oh, leck mich doch. Ich hab noch C4. Wo ist die scheiß Max? Ja, ich such's. Keine Ahnung. Ne Frage. Unter mir wird noch gekämpft, aber ich seh die Max nicht. Versteckt sich, Alter. Ja. Ich hör sie schießen, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Und das andere wird auch, glaube ich, hart gewaved gerade. Ja. Ah, da ist sie, ich hab sie. Auch gekämpft. Ah, fuck. Ah, scheiße. Ja, tot. Ah, das ist nämlich Gameplay. Das ist Teamplay, Leute. Das kann man doch mal sehen lassen. Er hat sich auch gerettet, wer Markus nicht schneller gewesen ist. Ah, die scheiß Max. Das ist aber kein. Ein schlicht. Na eben, ich hab Markus auf dem Ding. Ich hab Markus auf dem Ding. Was schon für das er anders. Und ich konnte ja die schießen, weil du ja genau vorher warst. Oh, guten! Das ist schon wieder da. Ich hab ihn wieder spunk. Sorry, hab nicht gelten. Da kommt Flavs Richtung Sonzinee. Was machen wir ja? Ich bin da. Eigentlich habe ich über Swing gewesen. Ja, ein Fläsch habe ich schon. heute jetzt krieg probleme und necks nein wo es waren sicher wie es grob geschätzt das minister konnte ich gar so schnell gar nicht zuordnen wie ich schaden genommen habe geplatzt wenn ich bin ich geplatzt nachgezogen ziemlich schnell als ich jüngte kreuzfeuer stand aber ich will noch einmal angucken von games hat es gesagt marcus das video das das ist nicht realisierbar ist er hat es ja genau pass auf marcus da kommt einer auf dich zu wo denn denn mittendrin steht einer mittendrin wenn du jetzt gerade auslaufen will wissen voller wischen müsste fast wieder muni holen ich gehe leer auch max was aufmerkert ich gehe ohne holen er hat immer wird es einfach dumm gewesen aber darum gestanden gewollt auf ach man auch nicht da gibt es hier muni was man ist muni ja da ist muni ja ich brauche flugzeug bei technik anlage ja ja da pflege ich gerade schon hin fuck off wir kommen da nicht rein wir sind zu wenig hier ja wollen wir haben mitgemacht die netzl am warum merkt so hat sie alt wird bis zum marschen bitte ich bin bei die größe ja wohl wir den level vierer mann der amel ja der ist halt in dem ultra klan und kann halt nix ultra klan was für ein ultra klan habe ihn worte er zu spiel ich sag soll der wixer ja aber ich habe ich schon irgendwie zehnmal gekillt und er hat mich schon so ein schöner kampf dann btcd ist doch ein guter squad ich habe noch nie gehört btc sind wir jungs vier kist bin fast wieder positiv jetzt habe ich ein tag gesehen aber sagt mir nix und namen marcus warte auf mich ich komme ja ich habe ich nicht verletzt gewesen hängen gekriegt hat aber nicht mehr viel mehr aber uns das bombigen steht noch oder ja stückte 40 natürlich steht die wieder nicht die wixer weil sie wieder lightning gegen oft ja ich weiß es nicht ab also ist kein gott nein weiber aber auch er hat nicht genommen und gerade sagen ist auch nervig marcus wo bist du bei sandor ich bin hin über dir ja ich komme hoch also bei der die ist eine ja ich glaube ich muss drin aus dass da glaube ich drin gut ich gehir um ja das muster aufhack oder angeschossen kalamalala zu armen die fänden hier mal das ding hier ja jetzt habe ich seit ewigkeit mal wieder mit geid haben mir natürlich instant da ist ein raus was ja nicht aber der level 100 das guide wundert mich nicht dass die mich fertig macht ich brauchte noch ernährungsmine nein tot ich habe gesehen ja nix ja es unterstützt euch jetzt hier auch mal wieder an der nix schnell gestorben wieder aber es kommt mehrere der erste stone dignity dick sein dass auch die der fernhaar ist direkt davon ist dann so ein wenig ist das machst du denn das so das immer noch einer der stück unter uns geht zu markus und so dem a jetzt kommt einer leichte und er war zu schlecht kalamalala und ich habe mich gekillt ich bin da harry ist explodiert ich bin grad ziemlich gut ich habe auch eine einzelne karte ich glaube es sind alle drei positive oder nein ich bin noch ein negativ noch einiges ach fuck und ich bin ja auch ich bin der einzige von uns der positiv ist vier negative jetzt bin ich ausgleich ich bin auch ausgleich ja ich auch ich bin auch ausgleich ja auch keiner mal ahnung wie der gekillt also der muss ja auch irgendwann mal kotzen ja ich glaube ich hätte doch schon die base gewechselt nach dem vierten mal etwas was ist das granate das ist ja ich weiß ab was von hinten vier was fünf zwei minuten halten ich weiß nicht ob man das schaffen mit dem paar leute wo man es hier sind level 2 ja die sind die diesen voll die loben ist ja das ist das ist unser einziges glück dass die loben sind ja wenn es jetzt zum beispiel die hier vor aber hier lennen auch 100 heraus ist naja aber nicht so viele wie ich habe jetzt in zweier unten vier getötet eine gegnerische ding ist gerade in die luft geflogen was ist noch irgendwo eine punkte rolle wissen der der im haus was anderes explodiert scheiße jetzt wird es eng ja jetzt wird es bitte 1 1 mehr haus qui diadi lois ja sind zwei was sie als adwn 88 pop Caption und 2 hat es der eine kugel er nicht gekillt aus adwn snack Das Sorry hat mich getildet.